so leute dann gibt es doch eine folge ich habe ja zwar gesagt dass ich das let's play pausieren werde weiß nicht irgendwie immer nur das gleiche keine mit der betrachten macht irgendwie keinen spaß ja aber glück aus irgendeinem grund kein zugang scheiß provider scheiß alles naja habe ich mir einfach gedacht mach einfach eine folge anstatt langeweile zu schieben so so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020